Eine Weltreise in zwei Tagen kostenlos. Komm am 22. und 23. November zur ExpoLingua Berlin. Freikarten unter www.expolingua.com Die ganze Welt der Sprachen und Kulturen unter einem Dach. Sprachkurse, Sprachreisen, Apps und Bücher, Karriere mit Sprachen, innovative Lehr- und Lernmethoden. Bei uns findest du, was dir passt. Wir freuen uns auf dich.